So, schön, dass ihr da seid. Die, die da sind, sind ja nicht alle da. Ich will auch jetzt gar nicht so viel erzählen. Ich will nur ganz kurz erwähnen, es gibt Getränke. So ein groß eigenes Sponsor haben wir die auch zum Einkaufspreis sozusagen. Wir haben nicht so tolle Coupons gedruckt und die müssen wir irgendwie verwenden. Deswegen können wir leider nicht ganz kostenlos machen, weil wir wollen diese Coupons unbedingt euch geben, die ihr kaufen müsst und die ihr dann gegen Getränke eintauschen könnt. Weil die so toll sind, müsst ihr leider, glaube ich, 1,33,7 Euro zahlen. Oder wo ist denn der? Arex ist eh nicht da. Gut, der hätte jetzt so einen Coupon in die Kamera halten können. Aber es gibt eine Menge Essen von Haki und Natalie ganz toll gemacht und das dürft ihr euch einfach nehmen. Das ist so gegen Spende, wenn ihr wollt. Da gibt es auch noch mehr. Also das Buffet ist sozusagen geöffnet. Und das ist eigentlich so das, was ich formeshalber sagen wollte. Ansonsten geht es ja hier wie immer bei der Trollcon darum, möglichst kreativ sich über das Thema Trollen auszutauschen auch. Und auch irgendwie im persönlichen Gespräch abseits von Vorträgen, davon haben eigentlich nicht so viele mehr, ein bisschen Lesekompetenz zum Beispiel zu üben. Und deswegen ist es schön, dass ihr hier seid und mit uns darüber reden wollt, was Trollen für euch ist und wie ihr euch das so vorstellt. Und als Spontanvortrag, nachdem der eigentliche Einstiegsvortrag von Julia Seliger jetzt nicht stattfindet, habe ich aber eine Alternative von euch. Und zwar wird uns das Payback-Forg-Detection-Prevention-Team etwas über die neuesten Skimming- und Betrugsmethoden im Payback-System erzählen. Und das würde ich jetzt gleich mal als ersten Vortrag sozusagen vorschlagen. Ja, hallo. Ich kann mich auch ins Mikro stellen, aber dann sieht man nichts mehr, weil ich hinter den Facken stehe. Aber das ist eigentlich ganz gut. Nee, die habe ich ja absichtlich dahin gehängt. Das ist ja immer noch die Trollcon. Ja, und zwar habt ihr das gleich mitbekommen, als treue Payback-Kunden, dass es zu Unregelmäßigkeiten im Payback-System gekommen ist in diesem Jahr. Und zwar haben wir das erstmals im April festgestellt, dass es da scheinbar jemanden gibt, der auf irgendeine Art und Weise nicht vorhergesehene Sachen mit diesem System macht. Und wir haben da natürlich dann sofort Recherchen angestellt und glauben jetzt, dass wir den kompletten Plot vorstellen können. Der Schaden bis zum heutigen Tag beläuft sich auf 565 Euro. Die haben uns natürlich nachdenklich gemacht und deswegen wollte ich jetzt euch mal kurz zeigen, wie dieser Betrug abläuft. Was man hier sieht, ist eine von diesen gefälschten Karten. Ich gebe sie mal testweise rum. Die Betrüger, so nenne ich sie jetzt mal, nehmen sich dreisterweise die original Payback-Anmeldeformulare aus irgendwelchen Läden. In dem Fall ist es jetzt eine bekannte Soharie-Marke mit zwei Buchstaben, die noch nicht den Umstieg um den Euro beschafft hat. Und nehmen sich diese wunderschönen Anmeldeformulare, entfernen daraus die Payback-Karten. So. So. Jetzt sehe ich die Unterliebe. Ja, sehr klar. So, braucht ihr denn das Neobattel? Ah, ich hoffe, das geht auch mit dem, weil ich habe keinen Kopf. Diese bösen Menschen haben tatsächlich verschiedenste Methoden anscheinend ausprobiert, um herauszufinden, wie man am besten das jetzt macht, was jetzt gleich kommt. Und haben herausgefunden, was am besten mit einem Schwinkschleifer geht. Praktisch, aber das haben wir nicht gerade. Ja, das spielt jetzt nicht. Ja, das spielt jetzt nicht. Ja, das spielt jetzt nicht. Vielen Dank. Ja, das Perfile an der Methode ist, dass ja sämtliche Sicherheitsmerkmale noch auf der Karte bleiben. Perfile. Total Perfile. Der Magnetschleife ist deswegen abgeklebt, sonst schleift man ihn ja mit ab. Der Magnetschleife. Der Magnetschleife. Die selbe Information, die im Bauch wurde, ist halt nochmal auf dem Magnetschleife. Und man kann ihn theoretisch benutzen, aber das macht dann keiner. Bei den Kasten sind die Skala ja zuerst. Das geht gut. Der geht nur zu Himstern. Ja, das ist ja ganz schön dämlich von denen eigentlich. Das ist ja nicht, weil ich mein Name habe, wenn du die Schlauzen, die Schlauzen, die Schlauzen sind. So, was wir dann noch brauchen, dann handelt ich einen Kartendrucker, also was die Begrüger natürlich nutzen. Man braucht einen handelsüblichen funktionierenden Kartendrucker. Ein Laptop mit Treibern? Ja. Wusstet ihr, dass Windows Treiber nach USB-Port sortiert? Ja. Ja. Jürgen Sieg. Das weiß ich, welcher Point hier der richtige ist. Ja, 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 ja. Das ist unmöglich. So, nicht immer noch. Die Bärin wird ausgewertet. Ja, hat er den Inge auch gesagt. Nee. Nee? Wahnsinnig. Ich liebe den Vorführer. Wir haben ja noch mehr Karten. Ich glaube, unser Fügelchen kann es sich im Zweifel auch vorstellen. Ja, wir wollen ja noch Schritt 2 machen. Das Problem ist, Schritt 2 geht nicht, weil ich habe jetzt gerade den Magnetstreifen mit diesem... Achso, so eine Kartenfolge. Ja, so eine Kartenfolge hat natürlich nicht nur... Also der Druck halt ziehen, wo er geht. Aber er druckt dann auch noch eine klare Schicht oben auf, um das zu schützen. Und die gingen jetzt über den Magnetstreifen. Deswegen hätte ich es jetzt im Zweifel zwar nicht mehr neu beschreiben können. Aber das geht ja schnell in den richtigen Bärzäumen. Es sind Bilder durch so soziale Netzwerke geflogen von irgendwie mehreren Reihen, Payback-Karten, die nebenan mehr grafiziert waren, die man einfach mit dem Schleifel... So ein Fördersystem. Der Mann von Krupp ist es wohl auch nicht. Ja. Der Mann von Krupp ist es wohl auch nicht. Der Mann von Krupp ist es für viele eingenommenen Kartenfolge. Der Mann von Krupp ist es für viele eingenommenen Kartenfolge. Nein, komm, mach mal richtig! So. Das ist deine Reihkarte. Also... Mein Mut. Warum auch nur einen handzüglichen Kostenpunkt 1000 Euro? Echt? Ja, wir sind voll normal. Der kann auch so zweilseitig und viele haben ja nicht wie gesagt. So, und ihr habt schon richtig festgestellt, dass ihr noch ein paar G-Streifen braucht. Also brauchen wir noch einen handzüglichen Markizschaden. Schreiben wir mit. Sieht so aus. Warum schickt ihr das da? Ich dachte, dass du das Problem hast. Ich hab das ja vorhin mal vorbereitet. Und dann hat irgendjemand hier... Dann schreibt alle Kabel sortiert. Oh, eine Specklose. Ein vorbereiteter Tisch. Das muss diese Ladestation sein. Ja, so. Und wenn man dann die richtige Software verwendet, die ich euch jetzt nicht zeigen darf, aus meiner richtigen Gründe, die aber entschieden danach habe ich gehört, die zur Verfügung steht. Dann kann man erst mal die Karte löschen. Achso, da freutest du sie gern. Guck mal, ich hab hier noch eine. Karten sind vorhanden. Na ja, das... Damit hab ich jetzt die alten Daten gelöscht. Oder auch nicht, weil ich sie falsch verwirklich gezogen hab. Und dann kann man die auch noch gleich mitwaschen. Das Spiel ist jetzt das Schreiben gehören relativ schnell. Und schon hat man die richtigen Daten draufsteht. Und wenn man das ungefähr 500 Mal gemacht hat, dann kann man die zum Einkaufen einsetzen und hat dann am Ende des Tages 565 Euro verdient. Jetzt fragt ihr euch aber, jetzt hat man diese scheiß Payback-Punkte. Die sind ja ziemlich unnütz. Also mit diesen Punkten kann man ja relativ wenig anfangen. Und jetzt ist es aber so, dass Payback freundlicherweise, beziehungsweise ein Drogeriemarkt, es gibt so einen Drogeriemarkt, der noch nicht die Euro-Umstellung geschafft hat, und der ist netterweise so wütig, dass man sich mit Payback-Punkten kann man sich Gutscheine ausdrucken, die sehen dann so aus. Das ist jetzt ein 2-Euro-Gutschein. Den habe ich mir jetzt schnell nach vollem Brot, damit ich was zeigen kann. Und mit diesem Gutschein kann man an die Kasse gehen und sagen, ich will nichts kaufen, ich will nur Geld dafür. Und dann sagt die Kassiere einfach mal gerne doch. Und dann hat man Geld dafür. Wenn man das alle zwei Wochen macht und da jeweils irgendwie 30 Euro rausbringt, dann hat man am Ende des Tages irgendwie kostenloses Essen für die Troikon. Kostenloses Essen für die Troikon. Kostenloses Essen für die Troikon. Wer hört das? Wer kann das machen? Was? Den Gutschein ausdrucken? Das ist sehr lustig. Payback hat ein Sicherheitsmodell. Ihr habt ja sicherlich hier die auf allen Spielen ausliegenden Datenschutz-Flyer von Payback gefunden, wo euch Dr. Robert Selk, der Datenschutzbeauftragte von Payback, darüber informiert, dass Payback 5 geprüft ist. SSL verschlüsselt? Wahrscheinlich nicht. Sie setzen was auf die... Also, woher die Sicherheit, weil... Anerkannte Sicherheit. Wo standen wir? Ja. Alles ist mit SSL verschlüsselt. Und haben wir ja 2014 gelernt? Dann kann ja nichts schiefgehen. So. Und jetzt ist es so, also bei Payback läuft der Sommer, muss ich ja anmelden. Also wenn ihr noch diesen Anmeldebogen, den ich da vorhin in der Hand hatte, irgendwie, da gibt es auch das Formular, glaube ich, drin. Das hier ist so ein Anmeldeformular. Das ist alles sehr geil. Und das hier sind dann alle Vertragsbedingungen noch kleiner. Sehr transparent. Und da müsst ihr jetzt zum Beispiel euer Geburtsdatum angeben, weil das ist Teil ihres Passports bei Payback. Und jetzt läuft das so, man geht mit dieser Karte halt in so einen Servicepunkt, die gibt es bei den ganzen Teilnehmern von Payback. Und dann muss man sich da mit seinem Passwort anmelden. Ah, das ist die falsche Gruppe. War hoch. Danke. Ja, das hole ich mir noch oft. Aber auf jeden Fall ist das so, da muss man sich dann halt anmelden. Und man kann entweder gibt man sein Geburtsdatum ein, was ja keiner kennt. Oder man gibt einen PIN ein, so einen vierstelligen. Und wenn du eine von diesen beiden Informationen hast, dann kannst du mir halt die Punkte auszahlen lassen. Also ich kann nicht mit der Karte hingehen an so einen Terminal und sagen... Nee, du brauchst doch die PIN oder das Geburtsdatum von der Person, die die Karte registriert hat. Ja. Es ist auch eigentlich so, ihr habt es vielleicht gesehen, da waren zwei Karten drin in diesem komischen Flyer. Und das eine ist die Hauptkarte, die hat eine andere Nummer als die zweite Karte. Und die zweite Karte ist die sogenannte Mitsammlerkarte. Die kann man also ganz normal an seine Freunde geben oder an seine, ähm, wen auch immer. Außer als Gehilfin. Oder an ganz viele Hackern in Deutschland. Oder man kopiert sie sich halt 500 Mal und gibt es ja irgendwie an ganz viele Leute in Deutschland. Und was jeder verteilt ist die Mitbenutzerkarte. Sind die Nummern auf dem Formular schon eingedruckt? Auf dem Formular sind die Nummern eingedruckt, ja. Also ähm... Wir können also nicht unsere harte in Formularen... Die Frage wäre, ob schon mal jemand versucht hat, eventuell irgendwo anders, sich nochmal an derselben Formularnummer anzumelden. Nö, das wird dann einfach weggebrochen bei Payback. Ja? Ja. Ich hab da auch, äh, am Anfang glaube ich, hab ich erst versucht, das online zu registrieren. Ne, ich hab erst einen Brief hingeschickt, das hat irgendwie nicht funktioniert und dann hab ich es online gemacht einfach. Und dann, die löschen dann einfach alle weiteren Anmelder. Also sie überschreiben nicht die nächste. Ne, das wäre ein bisschen doof. Es ist Payback. Ja. Ja, und so läuft das dann. Und, äh, die wird jetzt halt fleißig eingesetzt. Und man muss aber auch dazu sagen, dass Payback das eigentlich nicht stört, weil Payback dafür ja auch Geld kriegt. Also das System wird folgendermaßen. Diese Karten werden ja von den Partnern verteilt. Also DM oder REWE oder was auch immer. Und wenn ich die jetzt einsetze, dann gibt mir REWE, DM oder wer auch immer mehr Punkte auf meinen Einkauf. Sprich, wenn ich jetzt für, bei REWE sind es irgendwie für zwei Euro Einkauf, kriege ich einen Paybackpunkt. Ein Paybackpunkt ist übrigens 1 Cent wert. Das heißt, bei REWE bekommt ihr 0,5% Rabatt. Ganz schön großzügig. Und diesen einen Punkt, den REWE mir gibt, den bezahlt REWE auch an Payback. Das heißt, Payback bekommt für alle Punkte, die verteilt werden, Geld. Und wenn ich jetzt bei DM irgendwie mehr Gutscheine kaufe, dann muss DM halt weniger Geld an Payback zahlen. So läuft das nicht. Das heißt, die finanzieren sich natürlich über Punkte. Payback selbst hat, glaube ich, auch gar kein Interesse an den Daten, weil die haben ja kein Produkt, was sie verkaufen. Die verkaufen, die geben natürlich die Daten weiter an ihre Händler. Die haben Interesse. Also REWE hat irgendwie als REWE, die sind 2014 erst auf diesen Payback-Zug aufgesprungen, haben die ja irgendwie dann im Raum Köln Stellenanzeigen geschaltet, wo sie dann halt Big Data-Spezialisten gesucht haben, die in ihren Payback-Daten irgendwie Data Mining machen und Kundenprofil raussuchen. Also REWE macht dann Data Mining damit und optimiert halt irgendwie ihren Verkauf. Payback an sich hat der Verkauf ja nichts. Das heißt, die müssen jetzt nicht irgendwie ihre Werbung verbessern, an der höchsten Teil ihre Selbstwerbung. Deswegen. Die kriegen einfach nur Geld für ihre Punkte. Deswegen haben sie auch eigentlich nichts dagegen, wenn wir das machen, was wir machen. Es gibt nämlich auch so einen irgendeinen Kunststudenten oder irgendwas, der hat Abschlussarbeit gemacht, das nennt sich Maya-Karte, wo es im Prinzip genau das gleiche ist. Und es gab ja auch den Fillwood mit der Privacy-Karte, die dann aber, glaube ich, irgendwann gekündigt wurden und die ganze Gute verloren haben, weil sie es nie haben ausgezahlt. Deswegen holen wir es mal ab. Ja, das war eigentlich das Projekt Trollback. Operation Trollback. In einer kurzen Zusammenfassung. Was halt wirklich ein Problem wäre, wenn man Punkte generiert, ohne dafür einen Einkauf zu tätigen. Das wäre dann tatsächlich Betrug und da ist es dann auch nicht mehr zu schwarzen. Ja, da könnte sie was dagegen haben. Aber in dem Fall ist es ja so. Also die kriegen Geld noch freundlich. Man muss ja auch sagen, das sind jetzt irgendwie 50.000 Punkte. Bei Rewe, wie gesagt, einen Punkt für 2 Euro Einkauf. Das heißt, das sind immer irgendwie 100.000 Euro flockiger Umsatz bei Rewe. Oder halt, keine Ahnung, bei anderen Partners ist die Quote anders. Aber Rewe ist ja mit 0,5 noch gut dabei. Also bei Aradi kriegt man für 2 Liter Treibstoff einen Punkt. Und 2 Liter Treibstoff sind ja eher 3 Euro. Das heißt, das bist du bei 0,3% Rabatt. Weil die Enkel ist immer 1%. Ich glaube, da kriegst du pro Euro einen Punkt. Aber also, eigentlich lohnt sich das nicht. Das muss man wirklich sagen. Und dann nimmst du bloß das mit, das Antwort verschränken. Also wäre das nicht so bezahlt. Kannst du so argumentieren. Aber ich meine, im Normalfall gibst du ja dafür halt deinen Einkaufsweitenpreis. Und ob dir das jetzt die 0,3% Rabatt wert ist, kannst du dir überlegen. Das ist halt... Das ist was, was auch nochmal interessant wäre halt für diese... Wie heißt sie? Frederica Nord? Ja, Frederica Nord ist einer der besten Telekom in Deutschland. Für Frederica Nord vielleicht irgendwann mal eine Informationsfreiheitsanfrage zu stellen. Um mal zu gucken, was ja so gesammelt wurde. Weil es tatsächlich so ist, dass die Karten deutschlandweit im Einsatz sind und ein sehr erratisches Einkaufsverhalten zeigen. Das sieht man an diesen Gutscheinen ganz gut. Also Frederica gibt irgendwie am Tag 10 bis 20 Mal bei Lewa einkaufen. Ist halt sehr vergesslich. Und kauft auch mehrmals am Tag Treibstoff bei Aral. Was aber auch sich wieder dadurch erklärt, dass sie auch immer hin und herfahren muss. Und deswegen, das ist ja eigentlich logisch. Also wenn sie halt gleichzeitig in Berlin in Hamburg einkauft, dann muss sie auch die Speckler zu stellen. Muss sie kurz noch in die Gutschein halten. Ja logisch. Die Kühlschränke müssen ja auch voll sein. Ne. Aber ansonsten ist das... Kann natürlich an jeder für sich entscheiden, wie es will. Aber bei der Karte hat man natürlich den Vorteil, dass die keine Profilbildung zulässt mehr. Nein. Nicht von Payback. Aber Frederica kann natürlich gucken, was ihre ganzen Mitbenutzer machen. Ne. Das kann Frederica im Standard-Essing auch nicht. Also man sieht online nur den Tag und den Partner. Wenn du die Anfrage stellst, was für Daten... Das ist ja die Frage. Jetzt wissen wir noch nicht, was da kommt. Aber offiziell sieht man im Rahmen bei Hebe nur, keine Ahnung, 27. November Hebe. Aber auch da kommt nicht an wem wir die Karte alles ausgegeben haben. Ja. Wir haben auch Konferenzen großflächig verteilt. Ja. Frederica hat die sehr großflächig verteilt. Ja. Frederica hat die sehr großflächig verteilt. An alle ihre Freunde. Sie hat viele Freunde. Und deswegen, also ich glaube nicht, dass man da ein Profil rauskriegt. Was man sieht, also bei NAA-Leistungsstellen, die sind ja so aus Steuersparkunden, sind immer Franchise-Partner bzw. Pächter. Da steht dann immer der Name des Pächters noch dabei. Das heißt, man kann sehen, an welcher Aral-Tangstelle oder falls... Ich weiß nicht, ob es einen Pächter gibt, der mehrere hat. Das wird es bestimmt auch geben. Das heißt, da könnte man zumindest die Region erkennen. Das geht bei REWE jetzt nicht. Bei ARA geht das zum Beispiel. Bei REWE steht nicht... Welches? Bei REWE steht REWE. Da steht REWE 15 Punkte. Ich weiß auch nicht, was gekauft wurde. Ich meine, manchmal gibt es dann so Extrakupons, die gibt es irgendwie wöchentlich bei Hebeck und irgendjemand klickt die immer online an und macht halt immer Aktivierung. Aktivieren, aktivieren, aktivieren und dann werden die zufällig beim nächsten Einkauf verwendet. Also wenn es einen Gutschein gibt für, ich weiß nicht, 10-fach Punkte auf Obst und Gemüse, dann wird der Nächste, der bei REWE einkauft und Obst und Gemüse kauft, egal wie viel oder wie wenig, kriegt darauf 10-fach Punkte. Deswegen ist das auch sehr lustig, weil wahrscheinlich rechnet ihr damit, dass die Leute, die diese Gutscheine einlösen, möglichst viel dann einkaufen. Frederica hat eher so das, dass sie halt mal einen Apfel kauft und dann wird es auch 10.000 Punkte geben, was es halt nicht gibt. Also dann kriegt sie, wir hatten schon so 15-fach Gutscheine mit 7 Punkten, also das ist wahrscheinlich nicht normal. Was aber auch lustig war, weil es gab eine Woche, da waren sowohl Tiefkühlpizza als auch Obst und Gemüse 10-fach bepunktet und der Tiefkühlpizza-Gutscheine hat tatsächlich 3 Tage überhängt und der Obst und Gemüse war schon am nächsten Tag weg. Hätte ich jetzt bei der Zielgruppe der Karte nicht erwartet, dass die das Magen hält. Gut, Obst und Gemüse geht relativ schnell kaputt. Tiefkühlpizza-Gutschein in der Regel einmal im Monat. Ne, so ist das mit dieser Karte. Und wer will, also wir haben ja hier alles rumliegen, können wir da noch ein paar Drogen, weil sie noch keine hat, weil ich habe auch keine mehr jetzt. Ja, das war das eigentlich.